Giddings auf der anderen Seite, kämpft und Knessl hat sie Nikolaus zurück im Spiel bei den Gunners, Knessl stark und liegt es auch daran, dass zwei Testspieler bei den Gunners sind, dazu vielleicht später und es geht wen in die andere Richtung, geht an die Linie. Das ist ein Inside-Spieler, 2,08 Meter groß, 17 Punkte und 12 Rebound im Schnitt in der höchsten slowakischen Liga. Also, wieder Pick'n'Roll bei Oberwart, Knessl, das muss doch auch klappen, das wäre eigentlich auch ein Gold-Handing gewesen. Auf der Shot-Glock, was stellen die Oberwart noch auf? Wir haben wieder Knessl, Knessl von draußen, der hat Selbstvertrauen.